Ah, lecker. Wie viel hast du dir eigentlich bestellt da? Ich bin fett, weißt du? Fett und behaart, alter. Nur wie es mir gefällt. Hast du 6-pick? Mach da, mach da, mach da. Ich hau nicht schwer, anders. Das ist so schlecht geworden. Die Adranks müssen halt mal wieder regeln. So wie immer. Digga, Alter, ich verlabere das hier. Digga, was passiert denn, Alter? Doch, was? Also ich bin jetzt nachts der Runde über... Nachts der Runde bei 4.500. 50. Ich krieg vor mir vorne, okay. IQ hat Hits. Warum nicht tot? Zu schlechtes AIM. Guck mal, ich hab die extra hoch geholt. Ich glaub, die kommen einfach über Green wieder. Oder Main Stairs. Nee, hinten ist noch einer. Einer hier ist am Spawn, der hookt sich da gleich hoch. An der Wand, wo du... Die slow, Yusuf. Kann ich die haben, bitte. Die ist oben. Huckt drüber. Warte, Yusuf, komm her, komm her. Ich revive die, ich revive die, du killst sie. Kommt, Yusuf, sie lebt! Was? Hä? Oh, der Sledge. Keine Ahnung. Ah, der ist auch da oben. Jaja, der ist auch bei Yusuf auf dem Dach. Der ist hinter dem weißen Kasten. Der naidet Yusuf einfach. Der naidet Yusuf einfach. Der naidet. Oh je. Er schmettert Yusuf einfach. Ey, vor allem, die haben halt schon in der ersten Runde da komplett aufs Maul bekommen und sie hucken sich alle wieder da. Junge, die IQ, alter. Ah, Hannes, ich hör dich nicht damit, denn. Ich... 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 Ich...